Willkommen zurück zu Final Fantasy 7, Leute. Ja, der Typ da, der nervt doch langsam, ey. Kumpel! Lasst mich schlafen. Halt die Schnauze, komm doch raus, ey. Jetzt kommst du raus? Ja, ja, laber nicht. Laber, laber, laber. Jetzt beeil dich mal. Kollege! Ja, nein, direkt vor dem Sarg, äh, vor deinem Schlafgemacht, kommt vier, vier, vier Mal auf uns zu und wollen uns nur kurz aussagen. Aber ich hab da drauf keine Lust. Genauso wenig wie ihr. Und tschüss. Ich mach die Hütten auf. Wie oft soll ich dich noch fragen? Hallo. Ja, kommt der jetzt mal da raus, oder, oder, wieso laber der hier? Hm. Ja, alles gut. Ja. Komisch, ich dachte, der guckt da jetzt raus. Hm, was machen wir jetzt? Hallo? Lass mich schlafen. Hm. Hm. Ähm. Ach. Was dir denn nervt? Tschüss. Tschüss. Geht. Warte. Boah, shit. Wenn ich mit dir komme, werde ich dann Hoyu treffen? Keine Ahnung, aber wir suchen ihn und Sephiroth früher oder später, also. Hm. Okay, ich habe beschlossen, mit dir zu, mitzukommen. Äh, was? Als Immoligator kann ich euch vielleicht helfen. Also, okay. Welches Level hat denn der? 32. Boah, ist das geil. Jo, alles klar. Vielleicht hat er auch Substanzen. Wir laufen einfach mal weiter. Oh. Sephiroth. Sephiroth. Hier kommen mir laute Erinnerungen. Machst du bei der Wiedervereinigung mit? Ich weiß nicht mal, was eine Wiedervereinigung ist. Jenova wird bei der Wiedervereinigung sein. Jenova wird bei der Wiedervereinigung mitmachen. Es wird ein Unglück aus dem Himmel besporen. Jenova, ein Unglück aus dem Himmel? Meinst du, sie war eine Angehörige des alten Volkes? Aha. Ich glaube, du hast kein Recht mitzumachen. Ich gehe nach Norden an den Berg Nibel vorbei. Wenn du es herausfinden willst, dann folge mir. Wiedervereinigung? Unglück aus dem Himmel? Boah, schmeißt einfach was rum, ey. Oh, tschüss. Zerstören. Hinten noch irgendwas? Laute Bücher, ne? So, jetzt wissen wir mal, dass Siviroth hier war. So verrückt wie vorher und nachher auch. Jetzt haben wir ja eigentlich nichts mehr verloren, ne? Puh. Na ja, und die lieben Monster mal wieder, die uns mal wieder auf den Senkel gehen. Oh shit. Wie geht's? Was ist das? Zombie, oder? Äh. Uah. Uble Verrenkung. Tut das nicht weh? Naja. Die düstere Musik. Der Schindere-Villa. Dass hier keine Schindere sind, wundert mich ein bisschen. Wahrscheinlich haben sie alle Angst vor diesem Mord. Angst. Vor allem. Vor Siviroth. Also müssen wir zu den Bergen Nibel, wenn wir wissen wollen, was... ...in der Wiedervereinigung auf sich hat. Und zur guten Letzt treffen wir doch nochmal auf Monster. Die wir mal ordentlich den Kumpel runterrutschen können. Ach nein, sie kommt doch nochmal zum Angriff. Komische Arten. Und nochmal komische Arten. Und das geht jedes Mal daneben. Flüche vor allem. Das bringt einfach rein zum Schweigen. Gut, jetzt war jeder mal dran und jetzt können wir abpowern. Jetzt gehen wir nochmal recken. Müssen wir doch nicht so unvorbereitet hinwandern. Na Kumpel? Jo, wir wollen vorhundert geliehen in der Nacht über Nacht. Ach ja. So. Dann kann es ja weitergehen. Seifiroth geht also zum Berg Nibel. Wir wissen ja, wo der Berg... Der Borg ist. Da können wir so gut mal die Gelegenheit nutzen, um zu speichern. Speicher-Vorgang. Zack. So, jetzt möchte ich noch mal wissen, was dieser Vincent drauf hat. Der hat ja schon ziemlich hohes Level, ne? Aber er hat keine Substanzen. Tut das. Schade. Ich hab gedacht, bringt auch wenn wir den in die Gruppe. Hättest der dienlich sein können. Na, da geht's zum Berg Nibel. Oh, die Brücke, die gibt's wieder. Mal sehen, was wir uns hier für Monsterchen erwarten. Gott, ey. Natürlich müssen wir da rechts laufen, können wir gleich geradeaus hoch. Oh, da oben ist was. Gucken wir uns doch mal an, was es hier so für Monster gibt. Oh, Gott, machen die wenig Schaden. Oh, Gott, machen die viel Schaden. Oh, ein Bio-Teil. Ja, schau dir. Alter, die füllen ganz schön viel aus. Das war's dann. Boah. Habt ihr die auch mal gesehen? Oh, die laufen aber ganz schön viel. Kohle ab. Da oben ist ein Item und das will ich haben. Man weiß ja nicht, was da drin ist, ne? Ja, genau. Runenschwert. Oh. Ähm. Gut, ist sogar besser. Allerdings würde das unsere Substanz schon hier etwas üblich aneinander bringen. Dann lege ich das mal ab. Was nehmen wir da für rein? Oh, du, mal mehr Heilung rein. Mehr Schaden ist mehr Schaden, ne? Müssen wir nicht ewig mit dem Scheiß rumrennen. Ja, komm. Oh Gott, da sieht man natürlich nichts mehr rumläuft, ne? Oh, das hat sich immer gelohnt. Auch wenn's... Ja, die Slots sind halt scheiße verteilt, ne? Ja. So, was könnt ihr denn alle? Also mal eine Granate reinhauen. Blitz reinhauen. Malerhalber reinhauen. Und BÄM! Da müssen sie doch noch ein Blitz jetzt down gehen, oder? Boah, was sind denn? Oh, je, 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 jetzt zieh das Bibel auf. Oh, tschüss. Ist ja wirklich ein riesiges Eis. 1000 und ein Level-Apfel... McCloud. Stopp, da geht's lang. Wir müssen zur... Genau. Zur... Perücke. Ja, und da geht's schon wieder los. Ja, jetzt gucken wir mal, was es ist und es ist... Ja, den kennen wir ja schon. Flachlegen. Hm. So, tschüss, wo würde ich komisch an, ne? Die Brücke ist ja in der Rückblinde zerbrochen, aber hier hält sie. Ja, genau, und dann ganz oben greift uns irgendetwas an. Aber ja, klar. Hey, da ist ein zuschiegt. Uh, riesiger Vogel. Der kann doch bestimmt irgendwas. Und dann geht's... Oh, den klingst du einen Schaden machen. Oh, den klingst du auf jeden Fall... ...zu mal anfällig. Zu viel Zorn Großer Sturm Aha Ich bin begeistert Hier auch Gut Alle Ebenen Plus 1 Ja, da läuft's Wo sind wir denn? Hier oben liegt nichts Das scheint hier so eine Art Pumpstation zu sein Für den Reaktor Oh, das ist eine Tür Ich möchte erst mal durch die Tür gehen Äh Hallo Achter Flammenwerfer Oh, Feinde, es können Flammenwerfer gelern Oh, sieh mal einer an Oh, sogar vergiftet Na, das ist immer ein positiver Nebeneffekt Aber ich sitze den Flammenwerfer jetzt sicherlich nicht gegen den Oh, nein Oh, Flammenwerfer Könnte ich jetzt sogar machen, ja Das hat, glaube ich, nicht so viel Sinn Noch mal mal erkennen und mal zu gucken, was der so kann Ach ja Ach ja 32 Ja 2000 Dann bekimpfen wir noch den Diebner hier und dann beenden wir die Folge auch schon Das ist geil, da kann man seine MP voll gut auffüllen Das ist geil, da kann man seine MP voll gut auffüllen Oh, schiess Oh, schiess Und schiess Den Drachen hat mir ja von der Rückblende gesungen mit Zügel Und Und Tschess Oh, ich könnte es hier sogar noch mal Lohn zu trennen hier So Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter, Leute Also Bleibt dran Und seid gespannt Bei Final Fantasy 7 mit der Pianist-LP